Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu in einer neuen Folge DITBEDEAML hier auf dem Kanal von SimulationMail.15 Wir sind mit dem Spiele-Gamer. Guten Tag! Guten Tag! So Freunde, wie ist es? Und ja. Ja, Freunde, ich lese jetzt vor, was wir jetzt... Wir haben für eine Aufgabe, wir brauchen eine Werkzeugkiste, oder kisten, vollständig auf. Das wird dann laufen. Und wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Abo da, liken, kommentieren. Schaut auch gerne in der Videobeschreibung beim Linktrieb vorbei. Oder Spiele-Gamer. Ja, genau. Ist auch verlinkt dann entsprechend. Und dann könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Wie ihr gerade findet Tiktok. Und so weiter. Und den, ja. Müsst ihr euch befreuen. Feedback. Zur letzten Folge natürlich auch entsprechend. Ja. Welche eure Stelle gefallen hat, hier, wo ihr lachen musstet. Na, wir sind nebenbei live, nicht wundern, Freunde, der Counter und zeigt, wie lange wir jetzt live noch sein müssen. Wer das klein Mensch drin hat, 옛날, Records Layman? was mache ich direkt mal drunter laden gibt es aber gar nicht für das handy oder doch doch gibt es echt microsoft edges tablet für die auch für fallobst auch blaume was in der werkzeugkiste mitgenommen wahrscheinlich nie ging generator der konflikt nicht was stehst du es kann nichts zu sagen warum auch nicht doch das baby aufgepasst wirst du wie weißt du nicht macht eine aufgabe ich weiß welches ding den wir gestern hatten ich habe die kotzfrau wieder auf die eier wird geschnappt ist schlecht ich komme zu dir als nirgendwo in den komm kann sie sehen wenn du meinst ich habe sie gewonnen ein kleines die jahre wieder so abhauen müssen wir dann retten und jetzt sicher dachte ich mir achten sie rettet kommt zu mir glaube ich ja bevor er wurde befreit warum ich schon wieder kurz gleich er kommt bei mir das keine haken wir sind im bau komm weg jetzt hat er mich oder was Mensch was ist das ein an und wenn der glatt ich hin das ist nicht seine stärke wir frei wird bewährte gerade geheilt gut wenn du bist du weiß ich selber nicht kann nicht orientieren ach so gut ich sehe auch zerwischt ich finde ich sie haben stöhne sie und selbst stehen bleiben sie soll stehen bleiben wenn du nicht packen kann hier kommt da kann ich den genau er wird wieder auf den boden hat er vor ich habe kaputt gemacht ach natürlich das wäre gut der ekelhaft es geht um nein nein oh jetzt voll scheiß ja wie guckst du mein mein ja ja das geht so was bringt mir das jetzt ich habe abgestochen eiskalt das kann man machen wenn wir zwei mal haken wollen und er war zweimal schon am haken ja genau toller titel dann sollte aufgabe noch mal hier verbrauch eine werkzeugkiste ich habe schon verbraucht ist so kann weil das so grau ist ich bleibe im schrank nix es gehört die musik dazu hast du geschrien keine ahnung da kann man jagen ich bin weg wir sind gruselig das spiel nichts für schwache nerven vielleicht schreckhaft ist Geh rein. Kannst du dich doch holen. Nein, ich muss warten, bis du herrst. Da hin ist er. Da wird einer gejagt. Ja, der interessiert mich nicht. Wir müssen jetzt einen Generatorfahrt machen. Oh. Ich seh, wenn du Mist siehst. Da kann ich nichts nehmen. Weißt du, was ich mache? Generator. Oh, das war voll daneben knapp. Danke. Hast du gehört? Ja. Hä? Da war nicht mal ganz fertig. Hast du das gesehen? Ja. Merkst du es mal, wo es ausgeht, okay? Ich will den retten gehen. Hi. Ich, ich gehe jetzt retten. Denkst du, ich schaffe das? Weiß ich nicht. Du hast mir die Daumen. Das ist jetzt unten im Keller. Ja. Komm. Komm jetzt raus. Ich habe kein Geschwätzer. Mhm. Hm. Der nächste Hang. Was machst du? Auf? dragging auf? Ja. Komm. Emmett. Tack. Komm! Komm. 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 das war so sein plan da kann ich freilassen dafür habe ich ihn gerettet dafür habe ich dich gerettet ich hätte lieber gleich rausgekommen aber das wäre auf als für mich gewesen aber ich habe doch die aufgabe nein was ich aus welches land er kommt okrain 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 ist schon gelang was du sagt max ich will die punkte sammeln warum denn nicht die werkzeugkiste du hast noch eine gelbe keine boni verfügbar dafür zusatz ganz linke und das andere das zweite nachher erst das erst das macht das was bringt wir das jetzt dass du dann die werkzeugkiste verbrauchen kannst vorgabe erst die zweite das sei das zweite handy hatte das dritte gesagt gehabt mit dem herz neu starten oder wird oder war gleich 20 minuten und dann gehen wir lieben freunde würde ich sagen dass dabei sein das gewalt ist genau unterleiten kommentieren ich würde gerne wie du schon über den link dreh dann gehen wir fliege immer vorbei und dann sehen wir sich wieder nächsten mal bis dahin euer simulation machen 15 bis dahin bei bei und die tschüss 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 tschüss